Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ecclesion. Heute will ich euch eigentlich bisschen weiterhelfen mit einer kleinen Sache und zwar mit den Erfolgen vom letzten Update. Und zwar heißen die im Inneren der Albträume, sowohl der Metaerfolg wie auch der Patch oder das Update. Wir haben jetzt den Turm Schatzjäger gemacht. Wir werden sehen was man dazu genau machen muss, aber zuerst kommen wir zu den täglichen Erfolgen. Die tägliche Erfolge sind eigentlich ziemlich easy gewesen hier, hatten was mit diesem Turm der Albträume gehabt und ich mache das Video für alle die halt jetzt noch am Wochenende vielleicht die letzten paar Erfolge machen wollen bis das Fraktal Update kommt. Tägliche Erfolge sind so Sachen wie Schließ 4 Events glaube ich war das eine ab im Turm selber oder gegen den dritten Stock und überleb hier 30 toxische Pollenpulse und dann haben wir auch noch zum Beispiel hier Überlebender des Turms der Albträume wo wir eine Kammer überleben müssen. Und die sind ziemlich simpel. Also macht diese täglichen Erfolge, damit ihr es leichter habt den Metaerfolg abzuschließen. Denn der Metaerfolg hat insgesamt 3, 6, 9, eigentlich 10 Erfolge. Das heißt man muss nicht unbedingt die täglichen Erfolge machen, aber ihr wird teilweise halt schneller damit fertig, wenn ihr auch noch den einen oder anderen täglichen Erfolg mitgemacht habt. Gut, Metaerfolg heißt wie das Update, als Belohnung gibt es diesen Skin, eine Gasmaske. Eigentlich ziemlich ok, erinnert mich halt an Mass Effect 3 wie ich schon häufiger bemerkt habe. Und ja, dann kommen wir noch zu dem Schatzjäger den wir gerade gemacht haben. Dazu muss man 5 mal insgesamt diese Truhe hier öffnen, die 3 Schlüsseltruhe, die ganz oben an der Spitze vom Turm der Albträume ist. Und ihr seht auch in einem Video von mir, die Videos sollten links eigentlich erscheinen oder halt oben einfach nur links zu den Videos. Und deswegen mache ich auch diese Übersicht, dass ihr zu den richtigen Videos kommen könnt, falls ihr einen bestimmten Erfolg machen wollt und euch in der Flut von Videos nicht auskennt. Und da ist es so, dass wir 3 Schlüsselfragmente miteinander kombinieren müssen. Hier zum Beispiel habe ich grüne, aber ich habe keine blauen und keine pinke mehr. Wenn man die anderen zwei Farben auch noch hätte, dann würde man einen 3-farbigen Schlüssel haben und damit könnte man diese Truhe aufmachen. Belohnungen habt ihr am Anfang gesehen, also ein rarer Gegenstand immer, bisschen Dragoniterz und dann so ein Beutel, Muschelbeutel oder ein Saatgutbeutel, wo es dann halt noch zusätzlich Items, Silber und Haufen von Blutsteinstaub gibt. Also Championbeutel eigentlich. Recht nett, man kann die Truhe so häufig öffnen, wie man will und mehr dazu könnt ihr dann in dem Video dazu sehen. Kommen wir zum nächsten Erfolg, oder zu den nächsten Erfolgen. Die sind alle eigentlich hier in der lebenden Geschichte dann noch. Bezwinger des Turmhybriden ist, dass man einfach hier oben an der Spitze in die Storyinstanz geht. Dazu gibt es ein sehr langes Video eigentlich, ich glaube fast 20 Minuten, wo ich wirklich die komplette Storyinstanz erkläre. Und man muss einfach den toxischen Hybriden bezwungen haben oder bezwingen, wie auch immer. Und sobald man das gemacht hat, schaltet man dann auch noch weitere Erfolge für ihn frei. Und zwar hier Meister des Turmhybriden, wo man nicht am Boden liegen oder sterben darf beim finalen Kampf gegen den Turmhybriden. Dann kriegt man auch einen kleinen Mini. Den habe ich auch in einem Video gezeigt gehabt, dass zusammen mit einem der Sprungerfolgen verknüpft war. Turmgegengift-Injektor gibt es auch als Erfolg. Da muss man dann auch, nachdem man den Hybriden einmal besiegt hat, in die Storyinstanz und einfach quasi das Ende der Instanz einläuten, indem man Gegengift in diese große Pflanze hier reinspritzt. Gut, das waren diese Erfolge. Dann haben wir Überlebende des Turms der Albträume. Da muss man einfach Kammern machen. Und zwar diese betreten und überleben. Das heißt, sie einfach nur abschließen. Ziemlich easy eigentlich. Ihr müsst einfach nur die Kammern immer wieder finden. Mehr Tipps zu den Kammern. Und vor allem auch für den Erfolg, wo haben wir ihn? Turmexplorator, wo wir alle verschiedenen neun Kammern finden müssen. Oder alle einzigartigen neun Kammern, gibt es halt in einem Video auch dazu. Gut, was haben wir sonst noch ausgelassen? Turmspringende Albträume. Da muss man von der Spitze des Turmes springen. Die ist eigentlich eh dann hier in der von den NPCs. Am besten die Steuerungstaste gedrückt halten. Dann solltet ihr Taucherbrille lesen können. Und dazu gab es auch ein kurzes Video. Dann haben wir Turm Erzfeind. Ist eigentlich auch ziemlich einfach. Sobald ihr die erste Kammer macht, solltet ihr eigentlich diesen Erfolg haben. Wir müssen einfach vier verschiedene Fraktionen von Scarlet's Dienern irgendwo in Tyria besiegt haben. Im Turm ist es am leichtesten, weil dort alles konzentrierter da ist. Wir haben dann noch Springe der Albträume. Dazu müsst ihr in der Storyinstanz durch ein Portal durchgehen. Am Ende, wenn ihr den Endboss besiegt habt und dann einfach vom Turm herunterspringen. Es ist aber nicht im Inneren des Turms, sondern außen. Und diesen Außenbereich erreicht man nur, indem man die Storyinstanz durchgemacht hat. Storyinstanz, so wie alle Kammern, kann man solo machen. Er ist eigentlich nicht ganz so schwer. Vielleicht braucht ihr für den einen oder anderen Erfolg dann auch Hilfe, damit ihr halt nicht am Boden liegt. Es kommt halt auf euch drauf an. Gut, Schatzjäger haben wir gehabt. Im Inneren der Albträume... Ja. Ich frage mich, wieso das Ding gleich heißt wie der Meta-Erfolg. Aber okay. Da müsst ihr 15 Events machen. Ich habe bis jetzt nur 12 mitgemacht. Und hatte nach diesen 12 eigentlich alle Erfolge gehabt, außer den 15 Erfolg. Wenn ihr unbedingt die 3 Erfolgspunkte noch haben wollt, dann seht zu, dass ihr noch 3 Events drin macht im Turm. Egal im ersten oder zweiten oder dritten Stock. Es ist total egal, wo ihr die macht. Einfach nur mitmachen und schon habt ihr dann den Erfolg nach 15 Events. Gut, ich glaube ich habe so ziemlich alles angesprochen gehabt. Die Videos solltet ihr alle sehen. Falls ihr auf einem anderen Gerät oder so euch das Video anseht und nicht wirklich Videos anklicken könnt, die in Videos selber drin sind, dann besucht einfach die Beschreibung. Dort sollten alle Links vorhanden sein zu den verschiedenen Erfolgen und den Videos. Und ich hoffe, das war einigermaßen hilfreich. Wünsche euch viel Erfolg noch fürs Wochenende, fürs Abschließen der letzten Erfolge, falls ihr die noch abschließen wollt oder müsst. Und wünsche euch sonst noch ein sehr schönes Wochenende und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Guild Wars 2 Video. Bis dann! Bis dann!